Ja, heute feiern wir Chanukka. Das heißt, Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt feiern ein Lichtwunder. Acht Tage lang brannten die Kerzen, obwohl das Öl nur für einen Tag reichen sollte. Chanukka wird in der dunklen Jahreszeit gefeiert und ich gratuliere allen, die es feiern, zu diesem Fest. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Es erinnert uns gerade auch heute am Brandenburger Tor, die Chanukka, daran, dass das Gift des Antisemitismus längst nicht ausgerottet ist. Wir sollten jeden Tag gegen Antisemitismus aufstehen.